Die Minus 20 Sekunden 15 Sekunden, Leitsystem ist intern 12, 11, 10, 9, Zündsequenz gestartet 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, alle Fliegwerke laufen Lift-off, ab von O-11 hebt ab Treibstoff und Sauerstoff konstant, Kabine hält, Leistung ist gut Höhe jetzt 6,5 Kilometer, Geschwindigkeit 670 Meter pro Sekunde Radardaten gut, alle Systeme okay Abstieg fortsetzen Houston, habe leichte Fluktuation Und wir haben eine Lücke im Datentransfer Noch knapp 13 Meter Wir wirbeln Staub auf Dann können Sie sagen, bichern